hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge und springen und die eripp an schritt zu fahren in einem früheren leben war ich eishockey profi ich war geil das eis fühlt sich herrlich an und ich habe es immer noch drauf genau wie ich ich kann ich herausfinden wo ich bin dann sehen wir mal nolan no town icy peak lumber mill valley wahrscheinlich überall durch war schon mal schritt zu gefahren Sven ja aber einmal und nie wieder war das so schlimm oder was ich konnte es einfach nicht genauso wie roller skate und früher konnte ich auch nicht fahren oder inline skate sonst eigentlich cool ich habe mich zwar auch übelst auf die fresse gepackt ne aber ich fand es eigentlich ziemlich cool erstes rätsel gelöst mann easy alles zugeschneit erinnerst du dich an diese stadt ja natürlich hier haben wir unser erstes weihnachten zusammen verbracht was ist hier passiert hier war mal so viel los ja wo sind die ganzen leute ja wo sind sie nur diese stadt war mal wie eure beziehung lebendig und schön ja und was ist aus ihr geworden sie ist traurig kalt erfroren also weckt sie wieder auf aus ihrem winterschlaf und wie sollen wir das anstellen du genie wir sind von eis umgeben nutzt eure magneten magneten schmelzen kein eis absolut aber die stadtglocken können das eis brechen also brecht das eis und bekommt den preis bis heute noch nicht bekommen den preis ja leute die glocken um das eis zu brechen ernsthaft woher hat es nur diese verrückten ideen komm schon tun wir es für das dorf ok lass uns das dorf aufwärmen damit die leute wieder zurückkommen jetzt mal umgucken Das kann ich auch. Okay. Nein. Da muss man aber auch wieder ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht irgendwo reinbackt, weil man hier den Check-Banier wieder neu laden muss. Ja. Was? Irgendwo ein Minigame? Eins haben wir leider schon verpasst, Leute. Ein, ja. Ein Minigame haben wir leider verpasst. Ich will kurz zeigen, ja. Guck mal, Leute. Wir haben hier zwischen Vogelstar und Pferderennen haben wir leider eins verpasst. Keine Ahnung, was das ist. Nicht ständig. Wir können ja auch nicht mehr zurück, was? Ja, doch. Wir könnten hier über Kapitel-Auswahl zurück, als wir nochmal ein anderes, ein früheres Kapitel spielen möchten. Das würde gehen. Oh, hier ist mit. Äh, ich schieb das weg. Gut, siehst du an. Die Frage ist, ob es überhaupt schon geht, wenn ich das alles so zugefroren ist, dass das gar nicht geht. Was? Ich würde es mal probieren, dann zu fliegen. Damit geht. Oh, da ist wir. Jetzt muss das, glaube ich, runterlassen, so dass ich hochklettern kann, ne? Kann ich nur loslassen. Ne, ich muss. Ding. Geht nicht. Weiter, weiter, weiter. Wie, jetzt hat es gereicht? Schneemänner. Die sehen aus wie, ähm, wie bayerische Schneemänner. Oh, der süße Klang des Erfolgs. Das haben wir gut gemacht. Ganz genau. Das haben wir gut gemacht. Mit dem Hirbelstuhl. Och, jetzt ist die Stadt wieder so, wie ich sie in Erinnerung habe. Oh. 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 trackt man geläutet, es ist 5 Uhr. Kann man jetzt weğенung gut machen? Ne. Zu�� pressing können wir hier nicht ne? Es war ja nur mit diesem Dungeon Crawler wo die ihr Fett gekriegt haben und da hat. Also ich habe das Fett gekriegt wo der Magier... die sehen ein bisschen aus wie vom batman der pinguin genauso klein genauso klein genauso dick und die nase naja ok die sind ein bisschen länger hier aber er hat ohne langen also oder nicht ja aber nicht so lange was gibt es denn sonst nur so schön ist noch ein dorf und noch mehr rätsel drei glocken drei glocken ein riesendorf das hier ist wirklich ein verschlafenes doch mir fehlt das geschäftige treiben von damals oder es war viel los und lustig hoffentlich können wir es auch sieht aus als gäbe es drei glockentürmer lass uns einen wählen und anfangen ein schneeballhaufen vielleicht werfe ich einen oder zwei nehmann haufen hoch hier pass auf gleich geht's los hehehe volltreffer dann kann ich das nicht mitnehmen weil ich schon mal treffer vielleicht ist er auch ein e-mess ist jetzt die ganze zeit aber ich kann nichts mehr machen achso das gewissen das gewissen ich muss erst welche nehmen dann darf sie mich treffen wie weit kann ich ihn eigentlich schmeißen nein nicht soweit anscheinend jetzt sehe ich ja auch nicht mehr doch da die blaue ja aber deine figur nicht nur zwei pixeln cool dass man hier so hinlaufen kann oh ja bis hier hin und ist weg weg ja fang 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 warte mal kack du kann ich ausrechnen wahrscheinlich nur mit springen gut wo wollen wir denn nehmen wir müssen wahrscheinlich eh jetzt mal alles ja hoff dir ne so hofft 1 2 2 2 2 2 und ja sie haben sich eigentlich gewohnt ein haufen schneebälle wenn ich das nur jeden tag fuhren könnte ich wäre im himmel es hat was im winter auf der sonnenliege zu liegen es ist was besonderes ja sowas besonderes hast du ich bin fast eingeneckt ich bin fast eingeneckt ich bin fast eingeneckt das ist auch geil kommt klar komm klar ja komm klar ja die haben wir letztes Mal rumgehangen, weißt du noch? Du hast recht. Ach, ich liebe diese Stühle. Hm, ich spüre die warme Sonne im Gesicht. Welche Sonne? Die Lampe da oben? Oh Mann, wie fühlt sich das gut an? Planet Achievement? Das habe ich mir verdient. Ich war echt gut. Nicht großartig, aber immerhin gut. Zu welchem Ton willst du jetzt machen? Na, den wir doch zuerst gesehen haben. Hier, Trick, Trick und Track. Nur mit dreimal Trick und dreimal Track. Oh, ich frage mich, ob wir den Kram benutzen können. Nein, kann man nicht. Oh, nee. Was soll ich jetzt hier oben? Musste, glaube ich, jetzt dranbleiben. Ganz oben dran. Mal ein bisschen höher. Ich kann mich nicht mehr lange festhalten. Oh, was soll ich jetzt? Ähm, naja. Ich muss nicht mehr. Ah, fuck. Warte, ich komme nochmal rüber. So, jetzt Abschluss. Wie gut? Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Oh, da bin ich. Alles. 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 Ja, die Glock ist für dich. Ich glaube, ich sehe einen kleinen Marktplatz, wie niedlich. Und ich sehe eine Schaukel. Ich bin eine Anschaukel. Juhu, damit springen oder ohne? Ja, genau. Schön Looping. Guck mal, wie weit ich geflogen bin. Ich weiß nicht, dass sie... Nee, nicht doch nicht. Guck mal, ich weiß nicht. Nee, falsche Richtung. Schön Looping. Ja, aber richtig rum, ne? Ja? Wieso gibt ich hier? Und jetzt abspringen oder was? Wann bist du so weit gekommen? Wann bist du so weit gekommen? Hörst du Löwe? Nee, schon weg. Wo dann doch? Wann ist es mal? Und jetzt? Ich muss mich anschubsen. Ja, das andere Ding nervt hier gerade. Die will man dann links machen. Nee, ich kann nicht anschubsen. Ich kann ja nur ziehen. das ist ja rot. hier so geht das habe ich doch bei dir auch gemacht das habe ich bei dir auch gemacht ja wir haben jetzt gerade teamwork was angeschoben ich habe gezogen weil ich wollte natürlich schneller weil nur alleine wochen der dd geräumt hat vernaht Apfel mehr schaffe ich nicht aber ich will mehr lecker das ist köstlich alles aufessen ich krieg keinen Biss mehr runter so gut wenn er so viel essen wie sie will komm ins minigame eisling eisling aber ich will mehr wir zuckerstern das ist köstlich lecker ich muss dir lebtuchen ich krieg keinen Biss mehr runter hier ist er oder? der mit dem Hut ist er glaub ich ja der hat die Kippe in der Press weißt du? mit dem Schwimmel hmmm so lecker hmmm mehr schaff ich nicht doch du schaffst noch mehr aber ich will mehr ich krieg keinen Biss mehr runter will du doch? ich bin mal Rinder das ist köstlich na komm machen wir das auch noch leer so lange wie ich jetzt nicht davon fett werde bitte ist der riesig wie mein ich will das so hinsetzen ich hab den minigame gesehen drin ja ich hoffe mehr schaff ich nicht aber ich will mehr kommen wir mal wieder oder jetzt hitten aber stehen? wir waren ja nur auf der rechten Seite so lecker aber der wird wahrscheinlich nach dem mini gehen wieder voll sein mit eis cool und möglichst ist ob man werden ohne maus nur mit dem kula definitiv mein Spiel ja aber du hast noch nie eiszapfen darf gleiche Grundidee äh ich krieg mal ein doppelter Punkt äh 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 unter den Stern wenn ich hinzuziehen soll ich bin ich habe gewonnen aber auch knapp ja 25 28 jedes spiel mindestens zwei mal jetzt wissen wir auf jeden fall schon mal wie es funktioniert hast du den stern eigentlich erwischt hat ein ja gegeben wird wirklich nicht direkt hier sagen wenn ich nun mal treffe ja nicht wieder stellen gibt es zwei punkte und da ist der wurf der zum sieg 1 1 gerade noch was wir gucken ob das ist mit unserem mening gehen ein blauer panzer jetzt nicht mal in dem blauen und es erinnert mich gerade an ein spiel dieser kamera haben wir zusammengezogen skateboard würde ich nicht spielen ja geht nicht wahr jetzt bin ich dran mein spaß ja ja ich war ja viel wenig stecker ja Du hast mich gerade getötet. Ich bin geil. Ich muss hier den MPC machen. Ich nehme mich mal hier hin. Leider nur an. Nein. Halt. Komm mal. Nice. Zweimal getötet wird. Oh, bist du allein hier, Schildkröte? Oh, 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 guck mal hier, der hat hier vier Nester oder sowas. Wo hast du denn die andere hingekickt? Ja, irgendwo. Ja, irgendwo ist gut. Da ist eine Schildkröte. Wo waren die andere? Okay, ich hole mal die blaue hier. Okay, die geht alleine dahin. Keine Sorge, wir bringen deine Kinder nach Hause. Also, mach dir leid. Frau Weiner? Hast du die blaue gefunden? Du bist oder ab? Na, die wollte ich ja auch sehen. Das musst du von der anderen Seite machen. So, jetzt kannst du das. Du musst anschauen. Du bist mitgenommen. Ich glaube, eine blaue fehlt noch. Ja, hab sie gefunden. Ich glaube, du darfst nichts mehr drücken dann irgendwann. So, jetzt mach ich hier einen Special-Bonus. Oder einen Atifman. Jetzt ist die Familie vollzählig. Okay. Verloren und drücken. Ja, da krieg ich keine. Muss mal in der Pause mal gucken, ob ich auch so betrachte. Entschiedmen? Ja. Kann sein, weil ich halt der Host bin, dass ich das halt bekomme und du nicht. Ja, stimmt. Ich hab bisher nicht gekauft. Kann sein, ja. Das leuchtet natürlich ein, ne? Du hast ja nur den Freundespass. Wir müssen uns hier irgendwie freilegen. Nee, das wird freigelegt. Ach so. Wenn wir den Turm machen, ne? Das direkt, die wir auf. Oh, mal machen, ne? Das wird der Teutchen nicht mehr. Den Turm. Wow, das nenn ich mal eine Maschine. Ja, ich hab den Glockenturm von oben gesucht. Damit können wir wohl das große Rad drehen. Und ich muss da? Oder wird's? Ah, nee, boah, ich muss da hoch. Weil ich muss mich ja abstoßen. So, das geht hoch. Ja, du hättest auch hochgefangen. Ja, gut. Oh, der Knopf. Nee, probier doch mal. Habt ihr bloß losgelassen. Nee, nee, muss schon drauflaufen. Hä? Was musst du denn jetzt? Ich fiss halt nie. Ich wundere, warum ich mich nicht bewegen kann. Ah, du kannst jetzt auch für mich drehen, ne? Welche Richtung, oder was? Nee, ich muss ans Rote, ne? Muss mich ja erstmal fest. Hier rum. Das ist der blaue Kumpfer. Guck. Okay. Äh, muss ich mich jetzt heranlassen? Ich muss... Jetzt muss ich nach oben. Ja, jetzt muss ich nach oben. Ja, jetzt muss ich nach oben. Ja, jetzt muss ich nach oben. Sehr schön. Oh. Ein Karustel. Nicht ne Riesenrad? Ja, doch. Dann fangen wir gleich mal mit, wa? Hier sind wir auf dem Karustel, ne? Ja, fangen wir auf dem. Nice. Ist klar, ich meine... Können wir uns da auch aufsetzen? Okay, dann gehe ich einfach Richtung, oder was? Ah, ich weiß. Wo gibt's die hier aufsetzen? No. Ah, nein! Irgendwann. Irgendwann. Naja, wie schnell die sind? Nur rot. Oh ne. Ne? Du musst rot machen, wenn du nicht hochkommst. Ah ja, wo wirklich schnell die sind. Ne. Nur rot. Oh. Ja, ich weiß. Ja, okay, dann halt an. Breakdance! Jetzt drücken! Funktioniert leider nicht so. Vielleicht muss ich auch nur Ena machen. Kannste einsteigen, weil du da kannst. Und drinnen? Ich bin drinnen, ja. Ja, der sagt aber, wo du bist. Du bist nicht da. Warum bin ich jetzt wieder unten? Na, schaffe ichs. Lass mich doch mal raus hier. Ja, der trifft wieder direkt. Ein bisschen wie du das Baseball spielst. Erst am Anfang ein bisschen langsamer, dann ein bisschen schneller. Ja. Steig du mal ein und ich steig in das nächste ein. Steig du mal ein und ich steig in das nächste ein. Habe ich ihn mal. Oder? Geht nicht? Oder wird? Na, wie soll das jetzt funktionieren? Na, das fehlt jetzt hier. Dann gehen wir an Schuss. Dann gehen wir an Schuss. Dann gehen wir an Schuss. Juhu. Guckt ihr da in dieser Rutsche an. Guck dir da in dieser Rutsche an. Das ist eine Kanone. Lass es schnell! Hier ist ein Geheim, da. Woher rein? Blonde? Was ist das dann drin? Versuch es? Wir müssen sich in dieser Rutsche anziehen. Der Rutsche? Das ist ein Dich. Das ist eine Dich. Ich habe ein Dich. Ist das hier dieses Curling? Das Curling Ne grün Tringe deine Boxen möglichst nah an die Kante Ja, ist wie Curling Du hast auf mein Fock Weidem, Lini Weidem, Lini Weidem 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 wo und schon kommt ich habe wieder zwei punkte abgezogen bekommen ne? Du hattest 3, glaub ich. Echt? Hatte ich? Ja. Hey, du war aber früher nicht so. Nee, war früher nicht so. Okay. Na toll. Okay. Nein! Fech! Fech! So ein Schmackes hier. Ich will das nochmal probieren. Jupp. Ganz cool. Man muss ja erstmal herausfilmen, wie stark man das machen, der Meister. Ja. Ja, genau. Wird der noch schwieriger. Hast du, ne? Ja. Ein Ding nur für die Kante. Uuuuh. Alter, wir sind ja richtig. Ich könnte den ganzen Tag spielen. Okay, wir sind ja richtig. Kannst du sogar nur anschieben da hinten, glaub ich. Die Meister anschieben? Ja, wenn er seinen eigenen Trotz meint. Ja. Du spielst dein Meister. Der war gut. Den war gut. Ich würde mich mal selber lösen. Oh shit. Doll. Ah. Was wir sehen, da ist wieder Minus. Ey, der zählt immer die Punkte schon mit. Oh nein. Wir wollen nicht. Muss man drauf achten. Wenn er bei mir in die Eins reinrollt, dann zählt er den Punkt schon mit. Und unter. Yes. Alter, war das lucky. Oh komm. Okay. Ich werde dich nicht verschonen. Ich mache die Glitter rein. Warteer Winkel. Ah, zwei Punkte, ne mei. Ich glaube, ich gehe da nochmal rein. Nur mit ein bisschen mehr Wumms. Oder einen anderen Winkel? Ich glaube, so ein Winkel. Shit. Den darf ich nicht mehr benutzen, oder? Ne, wenn der benutzt wurde, dann ist der... Kann ich mich eigentlich dazwischen stellen? Du wirst. Oder musst du mich tot? Na, hoffentlich. War ein bisschen sachter, aber, wa? Und? Täter wenigstens noch? Ja, der hat gezählt. So, mein dritter. So, ich gehe hier rein, und... Oh, der wird ziemlich häufig aneinanderstoßen. Oh. 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 Verdammt! Gibt's hier auch einen richtigen Kontrahenten? Gibt's hier auch einen richtigen Kontrahenten? Okay, jetzt nochmal. Letzte Ding. Wer, wer jetzt gewinnen hat, gewonnen. Dafür muss ich mich nicht aufwärmen. Dafür muss ich mich nicht aufwärmen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. und die menge wir müssen einen Tum noch machen einen müssen wir noch machen so da war das Karostell da war die Eiskanone hier ist der Typ nochmal mit seiner Zigarette siehst du die hier in meinem Film? ja hier raucht das qualmt nicht das sieht nur so aus das ist eine Kaugummi Zigarette das werden wir später frei glaube ich snowball area ich frage mich wie wir sonst dort hoch kommen sollen ok also mal kurz sondieren analysieren das ist ein auf jeden Fall ich da ist weiter mischt ein Geheimgang dann müssen wir uns hier rüber katapultieren von da drüben ich glaube mit dieser Kanone werde ich mich richtig verstehen also der Züpfel oben ist rot da ist eigentlich egal wer rüber fliegt ja geht nicht weiter ja muss da rüber vielleicht das Ding ist noch nicht mal an oh oa ich dachte ich wäre schon dritter ok jetzt häng es nicht mal an ok ich muss du das machen aber nicht oder ich muss mich hier wie gesagt das licht ist ja nicht mal an so wie bei dem hier ok wir müssen da hoch ist gut aber wie ich hab ne Idee du hast ne Idee aber der lässt sich nicht oder das funktioniert nicht ich weiß ja nicht was du vor hast wolltest du da anschießen aber ist doch schon an was anderes machen wir können und was anderes abschießen ja und was anderes abschießen ne das wollte ich jetzt nicht machen kannst du auch die Höhe ändern oder von dem Ding ja aber was soll ich jetzt abschießen das ist die Frage ok weiter gehts nicht ja damit der nicht an die Glocke schießt ich hab nicht losgelassen spiel warte mal weit und die jetzt an kannst du den beschossen ne du hast beschossen kannst du den da oben ran machen weil ich mich hochziehen kann ne oder was ja so an der Wand ich gehöre hoch 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 ich will ja hoch 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 Noch mehr? Noch ein? Weiß ich noch nicht. Ich hab gerade so abgeschießen. Ich brauche mehr. Warte. Ich brauche mehr. Ich muss mich so rüber bauen. Jetzt kannst du auch rüber spielen. Ja, geht's jetzt, Leute. Topfen wir jetzt wieder weg. Okay, da unten ist. Geht gleich los. Das ist noch eine bestimmte Menge, die wir schießen dürfen. Nein, endlich. Halt die Magnete bereit. Jetzt will nicht abstürzen. Noch ruhig ein Stückchen höher schwimmen. Ich bin ja schon ein bisschen hoch springen. Sehr gut. Sehr gut. Noch ein Stück. Fast. Noch ein bisschen. Niedrig. Niedrig. Hier muss ich auch kommen. Weiß. Wenn ich hier runterfalle, ne? Muss man alles nochmal machen. Genau. Also streng nicht an. Dass du nicht zu niedrig wirst. nicht mehr. Nicht mehr. Fangen wir doch wieder an. Es geht gar nicht mehr. Ja. Alarm! Alarm! Haben wir jetzt irgendwelche Spielrennszen hier freigeschaltet? Ja, sieht wohl so aus. Ah hier, die Snowball Arena. Wo fliegt der hin oder kann ich den steuern? Weiß ich nicht, ob du den steuerst. Minigame! Ich warte, Cody! Ich warte, Sven! Weg! Alles warte wieder nur auf den Slip. Hast du etwa Angst? Ja, Sven, hast du etwa Angst? Ich habe die gleiche Angst. Doch. Na los, komm schon! Und jetzt? Gehst du auf deine Seite? Hey Cody! Hier drüben! Ja, Kenne. Den werfen. Ich erkläre dir den Krieg! Und ich werde dich besiegen! Schnee böse dich! Du wirst fallen wie all die anderen auch! Die Kunst des Krieges! Ja! 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 Die da! Da hat sich aber jemand echt reingesteigert! Kann man schon Feuer nehmen? Hast du auch schon welche? Ne, die habe ich automatisch! Ah! Ah! Nicht blinzeln! Sonst verpasst du meinen Sieg! Cool! Zeig, was du kannst! Guck mir jetzt neue holen, oder wie ist das? Du bist player! Ja, dann warte mal, bis ich neue habe! Nö! Ich muss halt das erzielen! Kannst nicht alle so verballern! Uuuu! Der war knapp! Nichts geht über eine Schneeballschlacht! Nö! 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 Baaam! Guck mal! Der war knapp! Du bist normal, oder was? Nö! 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 So, jetzt haben wir dem Dorf geholfen! Ne! Das wieder aufgetaut ist! Also, naja! Aufgetaut jetzt! Naja! Ja! Jedenfalls war es vom tiefen Hammerfrost getreut! Glocken geläutet haben! Drei Minigames haben wir auch gemacht! Oh, was ist denn das? Ja! Wir haben uns das wieder zu vertraut! Ja! Ne! Ich habe immer noch einen Klingel in den Ohren! Das hast du gut gemacht, Cody Du auch Hey, in dem Laden hier habe ich deine Weihnachtsgeschenke gekauft Oh, was? Ich dachte, du hättest die schon vorher besorgt Habe ich, aber leider zu Hause vergessen Das hättest du sagen können, anstatt Geld für neue Geschenke auszugeben Ich hatte Angst, dass du enttäuscht sein würdest Blödsinn, ich hätte auf meine Weihnachtsgeschenke warten können Aber was ist mit denen zu Hause passiert? Die habe ich versteckt Du hast sie im nächsten Jahr bekommen Schlau wie eh und je, man Bewusst wie, ja Was hier? Party oder was? Die Bar Das ist ja nur Recher, warte Oh, hey Wir sind auf eine Party gestoßen Wahnsinn Ja, so habe ich mir das vorgestellt Der hier passt perfekt zu mir Oh, der hier fühlt sich gut an Ein Cocktail bitte Hallo Ein Cocktail bitte Ja, da ist schon jemand Kann ich den behalten? Ja, der ist meiner Hey, ich leih mir den nur aus Ich stehe die Brille nehmen Nee, du Nee, du Guck mal Wieder voll am abkotzen So, was ist hier schon mit? Speed Hier gibt's Speed Schlüttemberg 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 Jetzt geht's los Oder Bob, Mann Hey Cody Fühlst du den Rhythmus? Oh ja Zeit für eine Rundstunde Juhu Yeah, geil Oh, das ist ein Ball Oh, das ist ein Ball Alter, ist das cool Ich werde immer schneller Juhu Kann ich aber nicht überholen, oder? Wahrscheinlich nur dann, wenn ich einen verpasse Und du den aber kriegst Ja, ist okay So ein bisschen wie Epsio gerade, ey Ja, hab ich auch so gewusst, wo ich das nochmal schaue Juhu In den Bauch der Bestien Juhu Komm mal Okay, sie erreicht Guck dich raus, Mei Was hast du denn? Das ist total cool Oh, ja Ich fühl mich, als wäre ich ein Moby Deck Der Moby Deck Ja, ich komm näher ran Komm dir nur so vor Hey Juhu Juhu Und jetzt hinten schön aus dem Arsch wieder raus Ah, ist der Turm Oh nein Oh nein What the fuck What is going on here? Das ist unglaublich Na ja, ist der Turm Ja, mir wird schlicht Mir wird schlicht Juhu, wo sind wir mit dem Licht und so Geil Ah, er ist schon wieder Und vielleicht noch Liegt die Antwort unter der Oberfläche Versteckt Weil bei den anderen haben wir es ja auch nicht immer gleich gesehen, wer der Boss ist Und auch Tee Juhu Oh, das sieht kalt aus Kaltes Wasser ist nicht so mein Ding Wieso? Weil er schrumpelt? Ich muss mal tauchen, oder wat? Juhu Trauer Banker Ich krieg keine Luft Wir sind unten, Cody Wir können hier atmen Oh Oh ja Nach oben Nach unten Blitz Wow Ich bin noch nie so tief getaucht Hey, genau Es ist überhaupt nicht kalt Aber Wo ist der Leuchtturm? Sollte hier in der Nähe sein Ich frag mich, wie er uns hilft, auf den Gipfel zu kommen Aber wie geht denn das eigentlich? Wir sind doch in einer Schneekugel Warum ist da Wasser im Wasser? Poin Ich kann Rosie nicht sehen Ich hoffe, es geht ihr gut Sind wir hier im Aquarium? Vielleicht Nein, wir sind in einer Schneekugel Hast du das vergessen? Nee, aber das sieht aber nicht aus wie eine Schneekugel Sieht eher aus wie ein Aquarium Hä, was fandet? Warten Nee, hab mich verkauft Was ist denn das für eine Maschine? Ich glaube, sie ist genau unter dem Leuchtturm Oh Meins ist grün Haben wir jetzt weggesaut? Wir haben ja mal Wasser abgelassen Wo sind wir hier? Ich weiß nicht Ist das riesig? Was ist das? What the heck is this? Oh, ist denn da wieder so ein Mini-Levitz? Aha, okay Ja, klar, verstehe Ihr versteht bestimmt gar nichts Na toll Was ist denn mal los? Okay, okay, ich sag's Ihnen Sie freuen sich, dass ihr zwei hier seid Um die Süßigkeitenfabrik zu reparieren Wie bitte? Seht ihr diese Generatoren da drüben? Nee Repariert sie Repariert sie und die Süßigkeiten können wieder fließen Aha, schon klar Also, noch nicht verraten Damit bringen wir die Süße der Liebe wieder zurück in unsere Beziehung Genau Ohne Süße gehen Beziehungen nun mal ein Ja, klar Fütter uns mit Süßigkeiten und wir lassen die Scheidung sein Süße gibt es in großer Vielfalt May, wann hast du das letzte Mal Danke gesagt, dass dein Mann sich um alles zu Hause kümmert? Ähm, naja Und wann hast du dich bei May erkenntlich gezeigt, dass sie Überstunden macht, um Geld für die Familie zu verdienen? Hä, hä, hä Äh, tja, das eine Mal als wir, du weißt schon Ganz genau Also, schmeiß die Süßigkeitenproduktion wieder an und lass die Süße Liebe fließen Ich hoffe, du hast dein Werkzeug dabei Hört sich an wie, was? Hört sich an wie zum Rohren Oh, jetzt verstehe ich Der Leuchttuch ist die Süßigkeitenfabrik Wenn wir die Generatoren reparieren, können wir das Licht anschalten Folge den Rohren und wir bekommen unsere Süßigkeiten Hier rein? Hier aus dem Ofen Ja, wie schnell ich bin Und frisst hier? Weiß ich nicht Kann ich nicht ausprobieren Sind wir beim selben? Ich irgendwie so beim selben Das ist echt alles krass gefroren Was denn? Minu? Bruder, was? Notiz an Rohren voll, Rohre aktivieren Ich werde nur auf Frühstelle sein Ok, also wie kriegen wir das Ding auf? Ich krieg's jetzt auf. Und warum wir gut kommen? Und was seid du? Warte mal, ich zeig dir mal wo ich reingekommen bin. Ah ja, ja. Ich wollte schon immer Pirat sein. Oh ja, ach ja doch. Wir haben's im Lapp. Der Jungs ist auch neu. What the heck? Also ich war jetzt hier drin gewesen, in dem Loch. Warte mal, jetzt gut. Mal gucken, ob man so... Schiff? Ich meine, der ist in der Glock. Ich meine, der ist in der Landdorf auch schon, ja. Als wenn das irgendwie so ein Special ist, wenn man alle Glocken läutet oder so, dann schaltet man um Gott frei oder so. Dann hat er die Fuhr wahrscheinlich. Gold! Vor dir steht die salzigste Pirat in der Weltmeere! Die große Maeve Woodpecker! Ja, ha 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 ha! Ich zeige, dass es erreicht hat, ist alles. Geil. Noch mal Bob-Pan! Ja, Bob-Pan war geil. Halt deinen Hut fest! Bleiben los! Ich bin hier der Käpt'n! Ahoi, Freibolter Cody! Beim Klamautermann will ich richtiger Hut! Sie ist selbst nicht allzu freudig aus Mae! Für eine Maid wie dich würde ich meinen Segel hissen! Johohohoi! Aber ich bin der Käpt'n! Du bist meine Besatzung! Ei, wir haben eine Abmachung! Du kennst mich! Genauso gefällt mir das! Arrrr! Das Piratenleben ist meine Bestimmung, Juche! Setzen die Segel und plündern die See! Arrrr! Hier gibt's nix weiter, ne? Ne, nur den Hut! Und die Glocke halt, ne? Ich weiß aber nicht, ob da in den anderen Nibben irgendwelche Glocken schon hängen. Ich hab da eigentlich drauf geachtet. Wie gesagt, es gibt ja so Spiele, die haben ja dann so Special Sachen. Ist ja hier bei Inside zum Beispiel auch. Kannst du auch so eine Minen finden und so. Und wenn du davon alle gefunden hast, kriegst du nochmal so ein Special Ending. Ah, der Ort da unten sieht echt dunkel und gruselig aus. Kommen wir mal zurück. Hier war ich Feuer. Ja. Also ich muss das hochziehen und du kannst dann rein. Aber was du drinne machen musst, weiß ich nicht. Ich muss das hochziehen. Ach, ich sehe den Generator. Er ist auf der anderen Seite. Ach, hier kann ich wohl noch helfen. Da muss ich hochfahren. Ja. So, wa? Ja. Wo willst du denn da drin? Ja, gute Frage. Hier haben wir nämlich einen Weg. Aber der scheint gut zu sein, oder? Hey, Mei. Probier mal das umzudrehen. Hier kann ich auch nicht rein. Da muss ich rein. Aber ich muss es erst mal umdrehen. Wie er gerade gesagt hat. Hm, was passiert, wenn ich es so drehe? Oh, okay, cool. Im Ernst nochmal fertig. Keine Levels. Auf jeden Fall. Auch so abwechslungsreich, weißt du? Ich könnte immer wieder was anderes machen. Hey, es funktioniert. Sieh dir die Süßigkeiten an. Das sieht lecker aus. Du Schirrweißer. Suchen wir noch mehr. Wollen wir denn abkürzen? Da wollen wir abkürzen, ja. So, ne, das war so ein Ding, so von wegen, du kommst ja nicht hoch, ist ja automatisch so eine Rutsche hier. Siehst du? Ja. Wohin? So, andere Seite, ne? Hast du noch was? Wir müssen ja eigentlich nur den Rohren folgen. Also ich bin jetzt gerade der Linke gefolgt erst am Anfang. So, hier haben wir angefangen, ne? Ich bin nämlich dann der Linke gefolgt. Dann folge ich mal jetzt der blaue Rohr. Siehst du irgendwo blau? Weil blau leuchtet? Ja. Ja. Oh, ich geh nach unten. Was denn da halt? Was ist das? Wohin hier rein? Die blauen Fische? Clown Fische? Clown Fisch. Das sind ein Clown Fisch. Wenn der Nemo ist zum Beispiel ein Clown Fisch. Das ist zum Beispiel kein Clown Fisch. Das ist ein Angler Fisch. Ich glaube, das hat mich gerade ein paar Jahre gekostet. Hier ist ein Leck. Wir müssen es irgendwie reparieren. Aber wie? Wenn ich hier sowas wie den Schrauben drehe, oder? Nicht gegen geflogen. Hier ist irgendwas. Hilf mir mit dem Schraubenschlüssel, Cody! Okay. Und die Schlange Seite vielleicht? Ja, du musst ziehen. So wie ich ziehe. Erstmal müssen wir heute hier raufmachen. Auf die Mutter. Auf die Schraub. Dann müssen wir mal gucken, wie rum wir wieder drehen. Nein, 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 nein! Tief! Fack! 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 Die ist drauf, wa? Die ist drauf, ja. Das müssen wir jetzt drehen, oder wat? Wollde ich sagen, ja. bis er drin ist zum nächsten hat er super funktioniert natürlich sind immer wieder die anderen schulden ich glaube der kommt gleich wieder noch nicht da wird von der höhe lecker jetzt runter nochmal mehr hat uns nicht gesehen wollen wir noch einen oder? ja wir haben noch einen guckst du dich auch mal um eigentlich? ja ich seh so viele die rot sind, die grünen sind ja schon fertig ich brauche nur noch den rot leben sehr gut mal drehen geil 2.3 es wäre der zucker da ist die grünen machen wir jetzt den grünen da ist ja auch wieder irgendwas was wir vielleicht achten müssen oder so ne ne wo ein minigame oder so ich hätte ja noch nichts gefunden ne nice uuuu der war nicht schlecht 242.000 das ist ja letzter echt weit meine Misch nachher das ist ja hier wo ist denn meinst Smart ja achte drauf jetzt wird der im weg wieder zurück wuugh jajaja jajaja da ta ma ja 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 hier müssen wir hier 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 was willst du sagen muss ich hier rauf ich guck du musst da ja du musst hier hoch oder hier rüber gedacht er geht hoch was ist noch passiert ich habe keine ahnung wie das funktioniert aber ich komme zu mir Was ist das denn, mit dem Wasser mit dem Flitzen und so? Wie cool ist das denn? Also dann, ziehen wir sie auf! Yup, das packen wir! Weed ziehen Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Passt! Schon gegen den Knall! Ja, Timing war manchmal nicht so einfach. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wurde bisher noch nichts angezeigt. Na, du kannst was machen. Wurde, das hat keinen Sinn, oder? Keine Ahnung. Wurde jetzt? Das müssen wir wahrscheinlich nicht eröffnen. Dann. Dann müssen wir hier. Dann wäre er einfach verrückt. Das warst du aber nicht, ne? Das ist automatisch. Das war jetzt automatisch. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Frisch. Frisch. Ich muss auch mal drücken. Wir müssen ja beide nach vorne drücken. Ansonsten geht das nicht. Da ist der Leuchtturm. Da sind wir einfach bis oben, oder was? Gerade gebunden? Nee, du? Nicht? Nee, ich habe gerade mich gestreckt, oder so. Das ist cool. Mach weiter, Cody. Fast geschafft. Fast geschafft. Kann man da unten auch ein Rennen machen können? Da unten ist sowas wie so eine Strecke, oder? Oder? Meinst du das da unten? Ja, das da unten. Ja. Weil du hast ja da auch die ganzen Torbögen und so unten. Na, ist das nicht, was wir da gemacht haben? Diese komische Schieben? Nee. Das ist was ganz anderes. Kann man hier nochmal runter, lieber? Stimmt. Glaub nicht, nee. Dann kann ich mal springen. Es ist mehr der Licht. Es ist mehr der Licht. Na komm, hier lang. Und das ist wie so eine Strecke, ne? Haben wir, glaube ich, verpasst. Ja. Das haben wir nicht gesagt. Perfekt eigentlich. Wir haben uns ja auch nicht wirklich umgeguckt. Das ist ganz nach oben. Ja. Das hoffe ich auch. Wo wir hier oben waren. Sehr gut. Jep. Dann mal rein. Huh. 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 Das alles hat sich bestimmt Rose ausgedacht. Endlich ne Verschnaufpause. Nee, nicht alles. Das haben wir uns nicht. 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 Aber sowas. Für Rose. Ja, weil sie war ja arbeiten, ne? Ja, manche Sachen hat sie gebaut, andere hat er gebaut. Weißt du, dass wir mit Rosys Geburt nicht mehr im Urlaub waren? Echt? Mhm. Ist es wirklich so lange her? Jep. Mhm. Wieso gehen wir nicht mehr Skifahren? Naja, Rosie kam zur Welt. Und dann mussten wir ne Menge Rechnung bezahlen. Ja. Ja, das haut hin. Ach, und dann mussten wir das Loch im Dach reparieren. Och, erinnere mich nicht daran. Wenn wir erstmal das Haus verkauft haben, haben wir vielleicht etwas Geld übrig für einen Wochenendtrip. Du könntest mit Rosie ins Waterland. Ja, das ist ne super Idee. Sie fragt schon immer, wann wir da endlich hingehen. Und dann fahren Rosie und ich, wenn ich dran bin. Ja, dann kann sie zweimal hin. Zweimal Spaß. Ja. Ja, zweimal Spaß. Apropos Spaß. Jetzt fahren wir ein Rennen. Haha. Was? Lässt du das jetzt? Hm. Ne, glaube ich nicht. Das haben wir, glaube ich, verpasst. Jo, schauen wir mal. Ob wir es wirklich verpasst haben oder nicht. Aber, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge.